Hallo und herzlich willkommen zurück bei C.A.N. und dem nächsten SCB News Alert. Ja, mit einem Thema, wo man erstmal denken könnte, dass es vermutlich nur einen Teil der Star Citizen Community interessiert, nämlich die Imperatorwahl 2950, also die diesjährige Imperatorwahl, die jetzt demnächst stattfinden wird, beziehungsweise wo jetzt demnächst sich tatsächlich die Abstimmungen für öffnen werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass C.A.G. hier an dieser Stelle nicht müde wird zu betonen, dass dies eigentlich ein Thema ist, was jeden Backer angeht. Das heißt, jeden, der sich später mal im Verse bewegen will, wird hier, wird hier, jeder wird hier dazu aufgerufen, sozusagen wirklich sich tatsächlich mal für dieses Thema zu interessieren und sich ein bisschen was anzugucken dazu und vor allem seine Stimme abzugeben. Denn tatsächlich ist es so, dass uns wohl, zumindest besagt das dieser Artikel aus, den wir jetzt hier bekommen haben, zusammen mit den Anniversary-Feierlichkeiten zum 8. Geburtstag von Star Citizen, dass wir als Community den Imperator oder ja, die Imperatorin bestimmen werden, die demnächst hier uns regieren wird und zwar für die nächsten zehn Jahre. Also im UII funktioniert es folgendermaßen, dass ein Imperator zehn Jahre lang an der Macht ist, aber auch nur eine dieser Terms, also einem dieser Amtszeiten wahrnehmen kann in seinem Leben. Das heißt, nach zehn Jahren kann kein Imperator wiedergewählt werden und somit ist also Imperator Kostigen, der jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gerade noch an der Macht ist, ja, dessen Amtszeit läuft aus und ist dementsprechend ein Nachfolger dran, der gewählt werden soll. Es ist tatsächlich so, dass die Wahl, die wir hier haben, wirklich einen entscheidenden Ausschlag geben wird, wie sich das Verse in Zukunft entwickeln wird. Das heißt, wie zum Beispiel werden die Verhältnisse und die Bündnisse unter Umständen, Allianzen und auch natürlich Feindschaften mit den jeweiligen Xenos-Rassen weiter aussehen, wie wird sich das verändern, verbessern oder verschlechtern, wie wird sich zum Beispiel die Wirtschaft entwickeln und das wiederum hält dann auch bereit, ob bestimmte Systeme eben bevorzugt werden und andere nicht, sodass man sozusagen durchaus für sein eigenes gewähltes unter Umständen Heimatsystem schon einen ersten Impact merkt. Und außerdem wird es sozusagen auch natürlich weitergehen mit der Frage, wie es mit dem Krieg mit den Vendul weitergeht und andere wichtige Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, stehen bevor. Ja, und der Imperator ist sozusagen die Figur, die nicht nur diplomatisch und als Aushängeschild fungiert, sondern eben auch im Senat selbst ein Gesetz unterzeichnet oder eben auch sein Veto einlegen kann. Das heißt, wir haben hier durchaus ein wichtiges Profil und eine sicherlich sehr, sehr wichtige Regierungsfigur, die zwar nicht alleinig entscheiden kann, wie der Titel Imperator vielleicht erst mal vermuten lassen mag, aber dennoch einen großen, deutlichen Weg vorzeichnet, wie das UEI sich für uns alle entwickeln wird. Ihr werdet also jetzt die Möglichkeit haben, dann eure Stimme abzugeben und an dieser Stelle möchte ich schon mal ankündigen, da man jetzt hier in dem ganzen Post sehr schön sieht, dass alle Kandidaten noch mal in Ruhe vorgestellt werden. Fünf sind noch übrig, die letzten fünf, die aus den Vorwahlen, den Primaries und den Secondaries hervorgegangen sind und alle haben natürlich sehr, sehr unterschiedliche Profile. Und ja, wir möchten an der Stelle auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass wir dazu dann auch in der nächsten Zeit Specials bringen werden. Das heißt, ihr habt zwar ab 10.10. die Möglichkeit, über diesen Punkt hier eure Stimme abzugeben, das heißt, diesen Link hier müsst ihr dann anklicken, wenn ab 10. das heißt, ab Samstag die Wahl freigegeben ist, aber ihr habt die Möglichkeit, bis zum 24.10. zu wählen. Und es gibt eine Menge Quellen, die hier sozusagen noch mal ein deutlicheres und umfassenderes Bild zu den jeweiligen Kandidaten zeichnen. Und wir haben hier schon Episoden in der Hinterhand, die in jedem Fall dafür gedacht sind, euch zu der Wahl zu informieren und euch auch mal vielleicht mit so einem kleinen zwinkernden Auge einen kleinen Ausblick zu geben, wie unsere Inverse-Berichterstattung dann irgendwann vielleicht mal aussehen kann. Das bedeutet also, wir werden versuchen in der Zeit, euch bestmöglich noch mal einen Eindruck zu vermitteln, was für Kandidaten ihr zur Wahl habt, wie sich unter Umständen das Verse verändern wird, was unter Umständen auch Konsequenzen daraus sind, dass bestimmte Kandidaten nicht gewählt werden oder dass eben bestimmte Mehrheiten irgendwo zustande kommen. Tatsächlich, ich möchte es noch mal betonen, scheint es so zu sein, dass die Community selbst wirklich hier bestimmt und das Lore-Team letztendlich dann nur daraus die Weichen stellt. Wir werden aber zu diesem Punkt noch mehr Informationen erhalten, denn, wie wir inzwischen wissen, wird es am morgigen Freitag ein Panel dazu geben bei Star Citizen Live, wo es explizit darum geht, noch mal zu gucken, was für Fragen die Community zur Imperatorwahl hat und wie man vielleicht noch ein bisschen Klarheit schaffen kann, was für Konsequenzen das in der Spielwelt wird sich mit sich bringen kann. Dazu gibt es übrigens einen Spectrum-Thread, wo ich mir mal rausgenommen habe, selber auch Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr in der Videobeschreibung diesen Spectrum-Thread anklicken und natürlich selber auch noch Fragen für morgen und dieses Panel reingeben oder natürlich freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meine Frage interessant genug findet, um ihr einen Abwort zu geben oder meine drei Fragen sind es, glaube ich, sogar. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und ich kann an der Stelle nur sagen, ich erhebe den Finger, dass ihr zur Wahl geht, denn, und das kommt jetzt für die, die wirklich bis zum Schluss geguckt haben, es wird sogar ein Badge dafür geben, ein Ich-habe-gewählt-2950-Badge, was man nur kriegt, wenn man diese Wahl macht und was eben auch für zehn Jahre das einzige Badge sein wird, dieser Art, was man kriegen kann und danach wird man nie wieder die Chance haben, dieses Abzeichen sich zu sichern. Also insofern, es lohnt sich doppelt, geht zur Wahl, informiert euch und wir werden unser Bestes tun, damit ihr natürlich auch die Informationen habt, die ihr braucht, um eine entsprechende Entscheidung zu treffen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr weiter up-to-date zu Star Citizen und Squadron 42 bleiben wollt. Wir freuen uns natürlich über jeden Like und natürlich auch über eure Kommentare, die wir gern hier bei YouTube beantworten. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out! Out!